Hey, Sina! Okay, 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 let's go. Ich bin an der Sowjetin-Botschaft am Mittag. Ich bin an der Sowjetin-Botschaft am Mittag. Bitte zurückgehen in die Reihe. Was ist dein Gefehl? Ich bin ein Amerikaner. Hören Sie mich nicht? Ich bin an der Sowjetin-Botschaft am Mittag. Engländer, oder was? Mittag. Das ist mein Pass. Und hier ist mein Mittag. Was glauben Sie, wer Sie sind? Mittag, bitte. Amerikaner? Amerikaner. Passt es in Ordnung? Visa ist korrekt. Die dürfen durch. Danke. Aufschließen, bitte. Weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.